da muss man mal gucken dass wir hier alles irgendwie bekommen ja weiter einsammeln und einsammeln das ist wirklich so ein ding ne also bist du nur am einsammeln hier eigentlich den ganzen tag also vielleicht haben sie da irgendwie ich weiß nicht hätten sie irgendwie ein bisschen anders machen können das ist vielleicht ein pilz ich glaube wir sollten mal da mal schnell hin rennen wenn da irgendwie mehrere miteinander kämpfen aber ich glaube das ist nicht in der hülle ich glaube das ist über uns da kann man natürlich nichts machen ist klar man da ist schon wieder so ein war an ach du große scheiße was mache ich denn immer hier vertreten klopft man da sind übrigens auch zwei oder war nicht gut oder war richtig schlecht wissen die pussy taktik hier immer noch nein 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 auf ihr seid böse ganz böse seid ihr du da du hältst ja auch noch so viel aus oh gott komm das letzte machen wir jetzt mit dem schwert ach so scheiße der war voll easy scheiße voll die feine weggehauen hier egal man ich will endlich wieder ich will endlich magier sein endlich wieder ich will endlich magier sein mann so mit feuer bellen und so ein zeug mann voll bock drauf dann immer noch die hülle noch nicht geschafft oh ja mal ein kleiner klitsch grad na komm wenn ich das richtig sehe ist das nur noch ein war an komm schon her da komm schon oh guck mal an was der für einen schaden macht denn auch oh jo 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 das war eigentlich schon die richtige taktik damals sag mal und warum ist jetzt unser ausdauer da sind etwas ist das vielleicht karan k김 ab vielleicht hat arbeit ist damit kann ich Die Frage ist, ob die wieder weg geht oder ob wir uns heilen müssen. Also wir haben Gift zum Beispiel. Wir haben Gift, das ist ja irgendwann weggegangen. Ich lasse das einfach mal so. Meine Ausdauer ist natürlich nicht gut. Können wir nicht so lange sprinten. Und ich weiß nicht, ich glaube, den Kampf, im Kampf glaube ich, wahrscheinlich auch nicht dann so viel machen, wenn wir keine Ausdauer mehr haben. Okay, da sehe ich jetzt einfach keinen Varan mal. Mehr, meine Fresse. Keinen Varan mehr. Ihr solltet eine Aufnahmepause machen. Der ist ja hier rumgestammelt ohne Ende. Okay, Metalltron können wir immer noch nicht aufmachen. Und noch sind wir immer noch von der Krankheit befallen. So ist jetzt nicht noch was oder nicht? Nee. Na gut. Oh, oh. Ruhig, ganz ruhig. Oh. Alter Schwede. Ey, ist noch nicht schon wieder was, oder? Kann ja nicht wahr sein. Wie viele Pfeiler haben wir eigentlich noch? Oh, jetzt weiß ich natürlich jetzt nicht mehr, weil ich das nicht mehr in der Schnellleiste hab. Ah, nein. Shit, verfluchter. Na gut. Einmal hat er uns getroffen. Ist hier noch irgendwas? Seht ihr das auch da oben? Mit Mindcrawler. Alter, in jedem anderen Glossi-Teil musst du ja erstmal mindestens 50 Stunden spielen bis dem Mindcrawler-Bediegnis. Und hier. Und ein Varan sowieso, ja? Und hier einfach ganz easy. Na gut, wir hätten natürlich auch hier zu zweit rumlaufen können mit... Alter, wie du kommst jetzt hier an? Mit, äh, olle, olle Copper-Glom hier. Aber wie gesagt, machen wir nicht. So, und, äh, mir reicht's. Also ich glaub, wir sind vergiftet. Wie geht er denn jetzt ab? Ah, siehste? Genau. Okay, also wenn man einmal... Nicht vergiftet, wir sind, äh, wir haben eine Krankheit. Uns wurde eine Krankheit an den Hals gehetzt hier. So, ganz ehrlich, Jungs. Also, ne, ne Mindcrawler... Ne Mindcrawler bringen wir mal definitiv nicht mit dem Schwert um. Das läuft ja schon mal super. Der Schussfall ist ja schon wieder viel Galerie. Was ist die, zu hoch? Oh, oh. Oh, wir machen gar keinen Schaden. Also, das heißt, da den Schaden, wir machen Schaden, aber... Oh, das lieben, Alter. Hör auf, hör auf, hör auf. Böses Vieh, du. Ich glaub, wir haben noch ein paar Pfeile. Wir haben ja extra ein paar bekommen hier in der Höhle. Warum nur? Ich glaub, es macht übrigens einen Unterschied, wenn du... Den Kopf triffst und wenn nicht... Also, schadensmäßig. Na komm. Finishing tun wir natürlich mit dem Schwert dann. Oh, der blockt! Die Sau. Easy. Ein Jagdgeschick, 20 Rufen, Redock, Level up. Dann brauchen wir jetzt noch ein Level. Dann können wir schnelles... Oder? Warte. Wir haben da jetzt theoretisch 50. Genau, wir brauchen jetzt noch... 2.800 Erfahrungsbunde. Na gut. Dann pass auf, dann sammeln wir jetzt erstmal alles ein hier. Gehen nochmal zurück zu... HW. Und werden dann... Uns hoffentlich nochmal ein paar Erfahrungsbunde irgendwie... Abgreifen können. Und dann mal gucken, was wir da machen. Vielleicht die Wildschweine oder so? Ich weiß nicht, können wir... Können wir... Wir können es denn da nicht mit einer Ortpatrouille alleine aufnehmen, oder? Also wie gesagt, ich will ohne... Oh, eine schwere Tour werden wir definitiv nicht knacken können. Uh, woher zieht es hier denn hin? Leute, haben wir eigentlich schon Not, beziehungsweise für schnelles Lernen? Wir bräuchten natürlich noch die Rüstung. Oh, nicht gut. Oh, nicht gut. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Äh, ich seh nichts. Ich hab Angst und ich seh nichts. Das ist natürlich super. Nur mal so in der... Was ist das denn? Wo ist denn die Weltkarte da? Wir sind jetzt hier rausgekommen. Da hinten ist so ein Turm. Seht ihr den? Jetzt genau über den Helm. Das sieht aus, ob da vielleicht die Stadt wäre. Aber erstmal liegt hier noch eine ganze Menge Zeug rum. Oh, und eine Schatulle. Und die ist natürlich wieder doppelt so viel wert. Sind wir so bei... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Sack. Okay, das hat nicht funktioniert. Na gut. Dann nicht. Ey, jetzt hab ich richtig Schiss hier draußen rumzulaufen, wa? Komm, schnell wieder rein. Nee, dann können wir auch pennen. Und dann, äh, am helllichten Tage mal die so einen Wald, äh, durchkreuzen. Wie gesagt, noch sind wir nicht gestorben. Das will ich jetzt nicht aufs Spiel setzen, nur weil wir irgendwie im Wald nichts sehen. Bei Nacht. Das Problem ist, wir sind ja dann immer noch nicht gut. Wir hören dann also quasi Winter Level 6 oder 7 oder sowas. Wenn wir dann altes Wissen und schnelles Lernen erlernen würden. Oder beziehungsweise altes Wissen steigern würden und schnelles Lernen erlernen würden. Aber dann können wir ja immer noch nichts. Wir müssen also quasi dann erst den Feuerball lernen. Licht, Heilung und die ganzen, und das ganze Zeug quasi. Eigentlich wäre das super geil. So, erstmal hier zu HW. Ne, warte mal, bei Joey war das ja. Bei Joey war ja der Auftrag. Hier, genau, perfekt. Der Südausgang von Redok ist frei. Du meinst, dort sind keine Viecher mehr? Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, Mann. Dann wird meine Wache hier am Südausgang viel entspannter. Danke. Das ist mir glatt einige Goldmünzen wert. Alter, 500. Zeig mir deine Ware. Das ist ja mal was. So, wir haben natürlich noch ein paar Knüppel und so ein Zeug aufgesammelt. Braucht natürlich keinen Mensch. Das heißt, weg damit. Und von den Sprüchen her, Tiere rufen. Der Magier hält die Tiere in seiner Umgebung auf das anvisierte Ziel. Ne, machen wir nicht. Kann man gleich wegkaufen. Äh, verkaufen. Dem Magier umgibt eine Aura der Furcht, der nur die stärksten Feinde widerstehen können. Brauchen wir auch nicht. Nebel brauchen wir nicht. Licht. Lassen wir mal noch. Glaube ich aber eigentlich auch nicht, dass wir es brauchen. Oh, naja, müssen wir mal gucken. Also, wenn wir 8000 hätten, das... Ach, nee, warte mal. Nee, ach, wir brauchen ja auch für altes Wissen ja auch noch Geld. Ach, Gott. Ich dachte, wen 8000, wen 3000 für schnelles Lernen und 5000 für die Rüstung, aber... Ja, aber eigentlich können wir uns die Rüstung schon mal geben. Um ehrlich zu sein. Warte mal, ihn können wir auch nochmal aufsuchen hier. Pass mal auf. Zeig. Zeig mal deine Ware. Eine Schatulle haben wir gefunden. Und auch irgendwas, was glitzert. Nee, ne? Naja, aber eine Schatulle. Achso, wo können wir denn hier pennen? Hier unten, wa? Und die Tour haben wir noch nicht ausgeräumt. Dann machen wir mal das ganz eigene Sache. Und zwar schlafen wir bis Mitternacht. Und hoffen, dass die Typen sich jetzt mal hinlegt. Ja, oder die beiden Männer legen sich jetzt hin und wir können die Tour eh nicht ausräumen. Wirklich? Echt? Ist das doch kacke. Guck mal, wie die von oben jetzt alle runterkommen hier. Hallöchen, Hallöchen. Tag. Okay, und zwar wird nichts. Na gut. Mann, was willst du? Mach mal ruhig und ich hab nichts vor mit dir. Wir schlafen bis morgens. Und dann genau, wieder umdrehen. Oh, warte mal. Er pennt ja noch. Buchständer? Perfekt. Sit. Nein, warum mit Alchemie, Mann? Ich brauch altes Wissen. Oh, ist das bitter, du. Wann hat der Faszin gekriegt? So, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir rennen jetzt zur nächsten Stadt. Rebell. 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 Ja, er hat nur ein bisschen Ware. Oh Gott. Hast du nichts zu tun? Eigentlich doch. Gorni, Baby. Kommen wir hier hinten die Tour? Die habe ich schon ausgeräumt, ja. Pass auf dich auf. Er kommt auch nicht mehr mit Gorn. Würde ich schon gerne rumlaufen. Die Frage ist jetzt, haben wir die Nut Gold? Ach, Gott, 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 ey. Das ist auch alles hier nichts wert eigentlich, ne? Ja, nur für müssen wir hier was verkaufen. Komm. Wir holen uns mal die Rebellen. Wo müssen wir jetzt hin? Da. Wir holen uns mal die Rebellenrüstung. Zeig mir deine Ware. Du bist in Ordnung. Cool. Oh, warte mal. Ja, wir können auch hier einen Hammer, können wir noch eine Schaufel? Schmetterschan, geil. Äh, brauchen wir vielleicht eine Schaufel, um irgendwas auszugraben? Ich weiß es nicht. Eine Hacke brauchen wir mal. Eine Hacke brauchen wir definitiv nicht. Ne. Messer auch nicht. Eine Bürste nicht, oder Messer? Ne, Messer brauchen wir nicht. Zwei Spiele, Hämmer brauchen wir dann bestimmt nicht. Schwarzer Robber, äh, warten wir mal noch lieber. Ich weiß, fein. Rohstall. Ich glaube auch Rohstall, dass wir Rohstall nicht brauchen, eigentlich. Aber was weiß ich, wir machen erstmal Goldausgleich. Dafür haben wir ja das Gold. Und jetzt können wir uns schon mal eine fette Rüstung geben. So. Schutz 45, 35, 25. Anstatt 25, 20. Das ist doch schon mal was. So, was hat er gesagt? Wildschweine. Wir holen uns erstmal die Wildschweine. Gucken wir mal, ob wir eine Schanzen, die die Wildschweine haben. Wo da hinten noch ein paar Wölfe waren und so. Er meinte nach Osten. Osten ist hier. Da hinten waren wir ja auch schon. Hier ist sonst nichts. Hier sind so ein paar Pflanzen. Oh, da oben ist ein Lagerfeuer. Gucken wir mal, ob da Banditen sind. Wie immer so langsam läuft am Anfang. Oh, ne. Da sind die. Oh, 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 oh. Nicht, nicht, nein, nein, nein. Ich muss unbedingt mal die Steuerung ändern. Oh, nein, nicht gut. Hör auf damit. So, eins nach dem anderen. Okay, Schaden machen wir mit dem Boden auf jede Fälle. Ey, was soll das? Ich mach keinen Schaden. So, jetzt kannst du was essen. Dummer. Dummer Typ. Ruhig, brauner, ruhig. Aggressives Wildschwein. Okay, also wenn wir die einzelnen rauslocken. Wollen wir einen Kunstschuss machen? Oh. Was war das denn? Na komm, haben wir noch mal was essen? Wir kriegen ja gleich wieder ein bisschen gebratenes Fleisch zurück. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte. Oh, nein, das ist nicht das letzte. Das ist nicht mal das letzte, Freunde. Ist hier hinter mir irgendwas? Nicht, da liegt von hinten. Trotzdem war das nicht so toll. Aber. Oh, ich glaube, wir haben beide gerade erwischt. Ich glaube, wir erwischen sind immer beide. Ist doch schon mal gut. Ne? Oh, easy. Jagdgeschick plus 1, 10 in Redout, 600 Erfahrung insgesamt. Also 500 für den Auftrag und nochmal 100 für die beiden Wildschweine. Ui, 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 ui. Aber hier wären übrigens die ganzen Heilpflanzen gewesen, falls man die am Anfang nicht gesammelt hätte. Diese roten. Wahrscheinlich um das Lager herum. Richtig einfach. Damit man den Auftritt auch abschließt. Da oben sind auch noch welche. So. Wir braten uns erstmal wieder ein bisschen was. Ei, ei, ei. 13 mal gebratenes Fleisch. Das Problem ist, dass ich auch immer ein paar umsonst ausgegeben habe. Weil ich da mal drauf gekommen bin auf die Taste. Natürlich ungünstig. Aber noch verbrauchen wir keine Heiltränke. Das ist auch schon mal was. Ist doch auch schon mal positiv. So, hier sind noch ein paar Heilpflanzen. Die nehmen wir noch mit. Da hinten geht es irgendwo hin. Und ein paar Heilpflanzen. Oh Gott, die sind überall Heilpflanzen. Ist dahinter noch irgendwas? Ne. Und hier ist der angesprochene Wald. Wir können natürlich erstmal ein bisschen rumlaufen und mal ein bisschen was im Wald töten. Irgendwo sind wir ja auch in der Höhle rausgekommen. Da war ja quasi der Wald. Wir müssten eigentlich mal den Eingang finden. Dann müssen wir natürlich auch zu Brennen. Brennt dann. Zurück. Da hinten ist ein Wolf. Da würde man zum Lager gehen. Das heißt, den Wolf haben wir auch letztes Mal schon mal gesehen. Den werden wir uns jetzt einfach mal ganz dresst holen. Na komm schon. So, immer zweimal. Ah, ist eine gute Taktik. Die nehmen wir. Die Taktik. So, vielleicht streamen wir auch von ihm. Sehr gut. Jo, und da hinten ist die Stadt. Das heißt, warte mal, wir haben ihn leuchtet. Da sind wir irgendwo. Da muss irgendwo die Höhle sein. Jedenfalls laut, äh. Laut, äh, quasi Winkel. Oh, was ist denn hier? Ups. Ah, warte mal, da ist der Bauernhof, den die Orchester beleidert haben. Da müssen wir ja eh mal hin. Ja, pass auf, das machen wir gleich noch.